Eis, das gerollt wird? Ja, das gibt es wirklich. Ice Cream Rolls heißt die Kreation. Ursprünglich kommt sie aus Thailand. Jetzt gab es die kleine Leckerei auch beim Frische Center Wagner auf der lauterer Höhe. Also heute gibt es Ice Cream Rolls bei Edeka Wagner, also exklusiv für die Kunden. Die Aktion beinhaltet zwar das, es ist keine Werbeaktion heute. Heute gibt es was für den Kunden. Einfach nur mal als Dankeschön. Der Herr Wagner möchte nur Dankeschön an seine Kunden sagen, indem er jedem so Eisbecher schenkt. Ice Cream Rolls kann man, im Gegensatz zum herkömmlichen Eis, frisch zubereiten. Innerhalb von ein paar Minuten sind sie serviert. Zuerst wird die Grundmasse aufgekocht. Die besteht aus Sahne, gesüßter Kondensmilch und Vanille. Dann wird sie abgekühlt. Im nächsten Schritt kommt die Grundmasse auf eine minus 30 Grad kalte Platte. Auf der Masse verteilt man dann verschiedene Zutaten, Erdbeeren, Oreos oder Bananen zum Beispiel. Das alles wird zerhackt, später wird die Masse glatt gestrichen, portioniert und schließlich aufgerollt. Fertig. Das ist aber nicht das einzige Special-Event, das der frische Sender Wagner zu bieten hat. Wir haben im September einen Herbstmarkt in der Kalenderwoche 38, von Montag bis Samstag. Und da haben wir viele Verkostungen im Laden, viele regionale Anbieter, die da sind und ihre Ware verkosten lassen. Und Schnäppchen natürlich, Knüllerpreise sind dann auch, da kommt auch ein Sonderflugblatt raus. Genau, und da ist immer was geboten bei uns. Wer also die Ice Cream Rolls verpasst hat, sollte sich die Woche vom 16. bis 21. September schon einmal gut merken. Bis zum nächsten Mal.